Ja, Freunde, guten Lauten und bis zur Unterhaltung und damit... Ach du Scheiße! Gut, es ist ein bisschen laut hier. Wir bringen uns jetzt nicht aus dem Konzept hier zu einer neuen und weiteren Folge hier bei The Bus. Und wieder einmal, oder zumindest jetzt das zweite Mal erst auf der Linie 245, der neuesten Linie hier bei The Bus. Und wir sind in der Herzallee und fahren bis zum Hauptbahnhof. Das heißt, wir werden die Route einfach jetzt mal verkehrt herumfahren. Und ich habe eine coole Sache mit euch vor. Ihr seht ja, ich habe ja den MAN-Doppeldecker. Und ich will in der Folge mal probieren, den Bus so voll wie es geht zu bekommen. Das heißt, wir werden Fahrgäste einsteigen lassen. Aussteigen wird hier keiner mehr. Ey, das ist aber wirklich laut hier. Von daher, seid gespannt. Wart also ab bis zum Ende der Folge. Da werden wir uns angucken, wie voll eigentlich der Bus ist. Und ich möchte euch dann gerne eine neue Sache zeigen. Wir müssen den Bus ja sowieso vorbereiten. Und ich sehe es auch schon, es hat wirklich geklappt. Ihr könnt nämlich... Warte mal, ich muss kurz die Tür zu. Ist doch ein bisschen laut hier. Ihr könnt nämlich tatsächlich... Hier, guck mal. Sandwich, Kaffee, Modellbus, Modellbus, noch ein Modellbus. Eigentlich hätte ich noch was anderes hingepackt. Aber ist vollkommen egal. Ihr könnt nämlich Sachen hier... Kennt ihr so ein bisschen beim Eurotruck-Simulator. Zwei Sachen hier überall raufpacken. Sieht ein bisschen aus wie jetzt in so einer Messie-Wohnung. Die Fahrgäste denken wahrscheinlich auch, was ist mit dem jetzt los. Aber ich finde es eine coole Sache. Mal gucken, was sonst noch so kommt. Also Kaffeebecher würde zum Beispiel hier natürlich sehr gut passen. Die Modellautos, ja gut, mein Gott, muss nicht unbedingt sein. Wir bereiten den Bus fort. Das heißt, einmal Zündung an. Motor starten. Wir werden nochmal ganz fix hier den Bordcomputer einschalten. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was so meint ihr. Werden wir den Bus richtig rappelvoll kriegen? Heißt, alle Sitze sind belegt, alle Leute sitzen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und was glaubt ihr, werden wir es schaffen, einigermaßen pünktlich da zu sein? In Sachen Pünktlichkeit im Übrigen. Dazu komme ich jetzt auch mal gleich. Habe ich auch noch ein schönes Thema für euch, was ich noch gerne mal probieren möchte. Aber ich wollte erst einmal die Linie hier einfach mal fahren. Aber im nächsten Video geht es wieder lustig weiter mit einer weiteren schönen thematischen Folge. Jetzt diesmal nicht, keine Klimaaktivisten. Aber ich habe was Cooles vor mit euch. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob wir denn nicht vielleicht doch die Verkehrsdichte ein bisschen runterregeln sollten. Okay, ist getan. Habe ich jetzt so auf, wie viel habe ich das gestellt? Auf 60 Prozent. Ist von mir sowieso eine V-Regel für euch. Ob Fernbus-Semulator, Tourist-Bus-Semulator oder aber auch Sebastian. Was ist immer ganz cool, wenn man tatsächlich auf 60 stellt, dann habt ihr es nicht ganz so voll. Und trotz all den habt ihr ordentlich viel Verkehr. So, Gangschaltung ist dringend. Mal gucken, Lenkung funktioniert auch. Wunderbar. Wir neigen unseren Kopf nach vorne. Immer Augen geradeaus. Und dann gehen wir mal Gas und fahren zu unserem allerersten Halt. Nämlich Herzallee. Und wie gesagt, wir werden mal so ein bisschen gucken, dass wir hier einigermaßen pünktlich sind. Wir sollen dort um 11.36 Uhr sein. Wir haben es gerade 11.37 Uhr. Ei, 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 ei. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß ganz genau, ich mag es kein bisschen zu spät zu sein. Ich wollte eigentlich noch nach links und rechts gucken. Ah. Shit. Läuft hier ja richtig gut. Ja, wer mich halt wie gesagt kennt, der weiß, ich will immer unbedingt pünktlich sein. Deswegen werden wir uns jetzt hier ein bisschen überein. Zwei Minuten knapp sind wir schon zu spät. Der erste Halt. Wir versuchen jetzt nur daran zu denken, nur die vorderen Türen aufzumachen. Heißt, bei mir ist es F8. Da machen wir nur die vorderen Türen auf. Da steigen Fahrgäste nur ein, aber nicht aus. Also bis jetzt geht es immer noch. Bei der Version. Hi. Ich hätte gerne einen Fahrstuhl. Äh, ja, du. Was kostet das? Oh, muss ich mal gucken. Was willst du denn haben, Kleines? Du willst ABC haben. Alles klärchen. Und du willst Barz sein. Okay. Erstmal haben wir erreicht. Du willst hier einmal ABC haben. Einzelfahrausweis. Wunderbar. Ist das auch genug? Ja. Zehn Cent. Na, Mäuschen, da fehlt aber was, wa? Nee, war ein Spaß gewesen hier. Komm. Zück deine Karte. Und setz dich bitte hin. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Weiter geht's. Türschirm warten, bis sie zu sind. Und weiter geht's. Nächster Halt ist, wird gleich aktualisiert, S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Dort müssen wir um 11.37 Uhr ankommen. Wir haben es 11.38 Uhr. Das ist natürlich schon geil, wenn es sofort losgeht. Das müssen wir mal gucken. Hier noch nicht, sondern hier müssen wir rein in die Einbahnstraße. Ja, der M1-Doppeldecker. Ich liebe ja den Bus. Der ist schön. Und der wird auch Thema meines nächsten Videos sein, denn ich will ein Video machen. Guter Busfahrer. Böser Busfahrer. Also guter Kopf, böser Kopf. Nur als Busfahrer. Und ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Es wird lustig. Ich werde mir versuchen, ein bisschen was vorzunehmen. Vielleicht werde ich auch mal wieder endlich mit dem Greenscreen weiterarbeiten. Ich habe mir einen Greenscreen geholt. Und da will ich mich ja so ein bisschen in die Spiele reinsteilen. Und ich glaube, das wird auf euch auf alle Fälle warten. Ganz einfach gesagt, ich werde zwei Arten vom Busfahrer vorstellen. Der liebe Nette, der alle Fahrgäste reinlässt, auf jeden Fahrgast wartet. Und der böse Busfahrer, der einfach nur schnell von A nach B kommen möchte und rummotzt. Das ist so ein bisschen mein Thema. Wird auf alle Fälle, glaube ich, eine lustige Folge. Aber erstmal würde ich jetzt die Route hier mitnehmen. Und wie gesagt, die Frage klären. Ah, es ist gelb, schade. Inwieweit wirklich der Bus hier voll werden kann. So. Da warten schon die nächsten Fahrgäste. Ich werde mal gucken, ob ich bei jedem jetzt immer die Fahrkarten verkaufe oder ob man eine Ausnahme mache. Oh. Hallöchen. Stellt da noch jemand ein? Nee, da kommt niemand. Das sagt man ja ganz gut am Seitenspiegel. Gut. Äh, 11.09 Uhr ist Abfahrt. Das sieht ganz gut aus. Oh, wir haben rot. Wird gerade lieber rot gefahren. So, haben wir hier rechts jetzt gerade eine Buschspur? Ja. Guck mal da. Das Schildchen. Der zeigt dir da schon an. Da ist eine Buschspur. Sehr schön. Ah, dann sieht man es auch da hinten. So, wunderbar. Ha. Ey, ich bin mittlerweile AIO-Soft-Fan geworden, war durch und durch. Wir haben einfach überlegt, welche Spiele alles da drin hängen. Ich bereite jetzt gerade wieder so ein paar Videos vor. Wie gesagt, jetzt hier gerade so Bass. Tools-Bass-Simulator kommt. Fernbus-Simulator aktuell. Route noch so ein bisschen. Ich hatte noch ein, zwei Projekte, die ich mir so überlegt habe. Aber das hat einfach noch ein bisschen Zeit. Der Drops ist so ein bisschen gelutscht. Tramse. Und da könnt ihr euch schon mal auch gespannt machen. Tramse, falls euch das so ein bisschen interessiert in Sachen Simulationsfeld, kommt auch für die Konsolen, werde ich mir holen und für euch mal Hardcore antesten. Allein, weil ich ja Tramse für den PC habe. Und ich glaube, Tramse könnte echt was werden. Aber da gibt es einfach noch mehr Videos dazu. Beziehungsweise das Thema werde ich im nächsten Tramse-Video vom PC, wird wahrscheinlich am Wochenende herauskommen, auch noch ein bisschen mehr anschneiden. Weil da bin ich auch am spekulieren, wie gut das Spiel für die Konsolen eigentlich wird. Steinplatz ist der nächste Halt. 11.41 Uhr sollen wir da sein. Wir haben es. 11.41 Uhr. Ankunft 41 und wahrscheinlich 42 Abfahrt. Ja, Gras jetzt hier gerade ein bisschen. Ah, schon wieder gelb. Na, supi. Ja, die neue Linie 245. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel überhaupt besitzt und auch die neue Route gefahren ist. Kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich finde sie solide. Neue Sachen wird es halt hier nie richtig geben. Wir haben natürlich so ein bisschen Berlin-Mitte, Charlottenburg und auch teilweise Prenzelberg. Leicht angeschnitten. Panko-Panko ist ja mein Bezug. Ich würde mir halt aber, wie gesagt, noch ein bisschen andere Linien wünschen. Ich will jetzt nicht sagen bekanntere Linien, aber die halt wirklich die Stadt so richtig verbinden. Der M27er und für mich natürlich so ein bisschen auch vielleicht der 124er. 124er, weil der 124er verkehrt tatsächlich von Spandau mitunter bis hin nach Französisch-Buchholz. Gut, die nächsten einsteigen lassen. Guckt mal so ein bisschen hier auf den Seitenspiegel. Da können wir so ein bisschen gucken, wer gerade einsteigt. Und ihr seht, da steigt niemand aus. Das ist das Geile. Also, das wird eine Riesenüberraschung. Wir versuchen mal jetzt noch nicht so hier auf dem mittleren Spiegel. Können wir noch ein bisschen achten. Den werden wir versuchen nachher mal außen vor zu lassen. Denn das soll auf alle Fälle eine kleine Überraschung werden. Aber es sind ja auch harte Zeiten, wahr? Nächste Minute. Also, das ist ja wirklich zack, zack. Da kann man ja wirklich mal, da kann man mal irgendwie überlegen, ob man mal ein kleines Projekt macht. Und versucht mal auszurechnen, wie lang man eigentlich überhaupt da halten darf an so einer Haltestelle. Weil wenn man überlegt, wir sollten 11.41 Uhr bei der Letzthaltestelle ankommen. Hier eine Minute später. Da ist nicht viel Zeit, um irgendwo zu halten. So, ein bisschen näher zum Bürgersteig, dass die Leute auch hier schön reinkommen. Jetzt wackelt der Bus schon wieder. Ach, ihr Lieber, das ist ja immer so ein kleiner Partybus, das ist voll süd. Was ist denn jetzt los? Ja, einsteigen. Hi. Ja, 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 ja. Ah, ist in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung, Mäuschen. So. Okay, Kreisverkehr. Davon haben wir ja nicht allzu viele. Gucken, wie wir uns hier verhalten. Ich habe ja selber gar keinen Führerschein. Das wird natürlich jetzt hier lustig. Äh. Ah, ja, 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 ja. Ah, Kreisverkehr. Wer hat denn so eine Scheiße hier erfunden? Entschuldigung. Wer hat denn so was erfunden? Also muss man sich ja ganz schnell, wenn man rechts abbiegt, auf die zweite Spur schon legen. Wow, das ist ja wirklich, also wer das erfunden hat, gut, soll natürlich auch schnell gehen. Ist ja verständlich. Könnte jetzt in den Kommentaren schreiben, natürlich, äh, ja, wenn du ganz weit außen bist, jetzt hier weiter rechts. Du musst halt irgendwie, jetzt muss ich mich, glaube ich, hier so ein bisschen rechts halten, wa? Machen wir auch schon mal. Okay, geht zwei Spuren nach rechts. Oh. Ja, nehmen wir noch mit. War jetzt noch nicht so rot gewesen. Oh Mann, ey. Liebe BVG, wer den neuen Busfahrer braucht, schreibt mich gerne an. Ich werde einfach jetzt so jedes Video, was ich hier bei Instagram hochlade, mache ja mittlerweile auch weirds. Moin. Moin. Ich benötige ein Ticket. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Selbstverständlich. Selbstverständlich. So. Wie finden Sie eigentlich mein Modellbus? Schön, wa? Lenkebus, Doppelstockbus. Das ist quasi meiner, nur ein bisschen neuerer. Egal. Was wollen Sie denn haben? A, B, C. Jo. Einzelfahrschein. Dann machen wir hier. Kontaktlose Zahlen. Sie wollen mit Kartenterminal. Hier. Zupi. Können wir weiter. Oh, Alter. Zeit sieht aber auch nicht so gut aus. Wir haben es 11.45 Uhr. Hey. Hey. Hallo. Opi. Opi. Hey. Opi. Ja, dankeschön. Oh Mann, 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 Mann. Das ist Berlin, wa? Laufen wir einfach über die Straße. Also nicht über die Straße, auf der Straße. Oh Mann, was ist denn das hier? Wow. Ich bin gerade erschreckt. Hab, ich bin gerade erschreckt. Ihr wolltet mich gerade sagen, war beschippt ein Klimaaktivist. Auf einmal ist das so eine riesen Glockade. Ach, die Ampel ist schon wieder rot, ey. Aber ich muss sagen, die KI mittlerweile kommt hier echt gut klar. Weil die kommen gut um die Kurven herum. Da bin ich sehr erstaunt. Oh. Ah, ich beschäune sehr schnell. Oh. Sehr sehr schnell. Vorsicht, Leute. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vorsicht. Bestimmt irgendjemanden mitgenommen. Aber auch schön, war da, da, da stehen die aber. Ach so, na gut. Ihr könnt ja auch vorn und hinten einsteigen. Hi. Hallöchen. Ja, schön. Hi. Oh, wenigstens einer. Dankeschön. Nein. Oh, Entschuldigung. Nein. Ach, da ist ja doch jemand. So, was? Ah. Drei, zwei, eins. So. Ende Gelände. Nee, ähm, wenn ihr euch so ein bisschen entsinnen könnt, ich hab nämlich mal eine kleine Reaction gemacht zum Nachtbus in Hamburg und haben auch die Busfahrer so ein bisschen übergesprochen, dass die Leute immer weniger Hallo sagen. Deswegen mein Appell an euch einfach mal, wenn ihr das nächste Mal in euren Bus einsteigt, mit dem ihr jetzt quasi von A nach B fahrt, dann geht einfach mal zum Busfahrer, wenn er vorne, oder besser gesagt, wenn ihr beim Busfahrer mal vorne einsteigt, dann sagt einfach mal Hallo. Das mach ich immer wieder. Wirklich. Und die sind wirklich manchmal sehr erstaunt, dass jemand Hallo sagt. Aber ist halt einfach so. Ich glaub, die freuen sich auch. Ah, drei, zwei, eins. Tja, wer zu spät kommt, beschafft das Leben. Ach, sie ist noch drücken. Okay. Ach, die Ampelfahnen sind aber auch die Hölle heute. Aber wie gesagt, schön mittlerweile gemacht. Die KI, wie gesagt, die NPCs, die fahren mittlerweile richtig, richtig gut. Wir haben, äh, viele Personen hier unterwegs. Die hab ich auf 100% auch gestellt. Die stören aber auch nicht allzu sehr. Was ist jetzt dein Problem? Hä? Oh. Oh. Der wollte nicht mehr. Einmal hier rumpeln. Oh. Oh, oh, oh. Ich wollt grad sagen, ich glaub, das war zu eng gewesen. Ach, hier mal wieder Ampeln, ey. Oh, zwei Minuten schon wieder zu spät. Obwohl wir gut Zeit reingerollt haben. Wir müssen konsequenter sein. Wir probieren mal folgendes. Ich wundere mich ab und zu ein bisschen abgehakt klinge. Ich muss mich nach links immer orientieren, weil ich da meine Tastatur habe. Wir versuchen mal genau vor den Fahrgästen hier zu halten, damit die direkt instant hier reinspringen können. So, spring mal rein. Hi. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Alles gut. Du hast doch schöne Mütze da auf. So, geh mal nach hinten. Guck mal, schön, wie sie sitzt da hinten. Oh, die geht sogar nach oben. Finde ich immer so schön. Ja, ich hoffe mal, dass auch, wie gesagt, auch mal die neuen Generationen Elektro-Doppeldecker kommen. Davon sehe ich sowieso wenig hier in Berlin. Aber die gibt's tatsächlich. Aber das ist ja auch eine schöne Sache. Ist natürlich ein sehr alter MAN-Doppeldecker. Aber ist halt ein schöner. Oder halt mal die ganz alten. Aber ich glaube, das ist eher so das Inhaltspaket von Omsi. So. Apropos Omsi. Ey, mal ein kleiner Funfact nebenbei. Ich hab Omsi. Hab ein, zwei, drei Videos mal gemacht in letzter Zeit. Und, ähm, ich hab's jetzt einfach mal deinstalliert, weil ich doch hier mit anderen Sachen so ein bisschen mehr beschäftigt bin. Keine Add-ons, keine TLCs. Ich hab's natürlich installiert. Das Spiel ist einfach mal fast 30 Gigabyte groß. Alter Fighter. Also, mal nebenbei, falls ihr Omsi runtergeladen habt, installiert habt und euch wundert, warum ihr so wenig Speicher habt und wo ihr vielleicht mal noch ein bisschen was löschen könnt, guckt mal bei Omsi nach. Wenn ihr es nicht mehr braucht, installiert das wirklich einfach mal, obwohl es ein schönes Spiel ist. So, wir müssen auf der Strecke hier bleiben. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ah, ah, warte, ich komm hier vorbei. Naja, du. Das war noch gelb gewesen. Oh, vielleicht kriegen wir die ganzen Ampelfasen hier nämlich noch. Ja, 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 kriegen wir. Hoppala. Müller, perfekt. Ey, wir hätten jetzt an der Ampel gestanden und dann hätten wir wieder ein, zwei Minuten verloren. So sind wir jetzt bis jetzt nur zwei Minuten zu spät, aber das ist auch straff. Also, sofort wirklich die Fahrgäste. Also, nochmal Appell an euch. Steigt mein Busfahrer vorne ein, sagt hallo, steigt aber schnell ein. Die armen Schweine. So, einmal hier rum. Gut. So, wir ziehen mal runter. Eins Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi, vier Mississippi, fünf Mississippi, sechs Mississippi, acht Mississippi, neun Mississippi. Ja, heute Fahrt ist viel lau. Solange wir noch nicht pünktlich sind. Otto Straße. Oh, das sieht jetzt gut aus. Moin. Kannst du bitte ein Ticket haben? Ja, ist in Ordnung. Setz dich nach hinten, bitte. Hinsetzen. Den Busfahrer bitte nicht ansprechen. Dankeschön. Okay. So, jetzt können wir mal ein paar Fahrkarten wieder verkaufen. Hi. Gut. Wir verkaufen doch keine Fahrkarten. So, wo sind wir jetzt eigentlich schon? Otto Straße. Also, wir sind schon auf einem guten Wege, bis zu einer Station zu fahren. Wie gesagt, aktuell sind wir Pünktchen unterwegs. Alt Moabit Rathaus in Tiergarten. Ich bin ein bisschen sehr schnell unterwegs. Hier ist nur 30. Okay. So, wir rollen mal so leicht an. Leicht anrollen. Dann können wir gleich richtig schön Gas geben. Noch ist die Fußgängerampel auf grün. So, ein bisschen langsamer anrollen. Ja. Und. Na. Ach, scheiße, jetzt sehe ich mir ja nichts. Ja. Ach. Ah. Beschleunigungsrennen hier. Oh, hoppala. So, nächstes ist Alt Moabit Rathaus Tiergarten. Wir sind mit 50 kmh zu schnell unterwegs. Diese 30er Zone aber auch. Noch ein bisschen aufpassen. Hier wird es ein bisschen enger. Oh, hier ist ein Fahrradweg. Dementsprechend natürlich mal gucken, ob ein Fahrradfahrer kommt. Kommt keiner. Ich bin, also. Es wäre, es wäre wirklich stark, wenn die Fahrradfahrer mit einbauen würden. Aber es wäre auch die Hölle. Oh, jetzt wird es hier voll. Ich halte mich schon mal bereit. Die Maus ist gezückt. Wir gehen mal eins schon mal zurück. Moje. Oh, ABC ist doch richtig gewesen. Wie viel würde das kosten? Äh, 10 Euro, Bar. Bitte, Dankeschön. Beer? Nö. Okay. War auch schon gewesen. Oh, oh. Grüne Faser, grüne Faser. So, fahren einmal hier rum. Weil die wollen jetzt hier alle abbiegen. Ein bisschen aufpassen. 50 ist hier nur erlaubt. Kleiner Tiergarten. Kleiner Tiergarten. Ach, wie süß. Also, Tiergarten wartet jetzt gar nicht meine Gegend. Da bin ich gar nicht. Also, auch früher als Jugendlicher wenig, aber heutzutage als Erwachsener auch gar nicht mehr. Man hat so seine Bezirke einfach. Ich muss doch sagen, also, jetzt mit meiner Freundin. Wie, wie sind denn? Moin. Moin. Moin, eher außerhalb, wenn. Aber, also, Panko, man ist ja aufgewachsen. Und Panko ist natürlich ein Riesenbezug. Aber es ist meistens so. Also, die Berliner verlassen ungerne den Ort, wo sie aufgewachsen sind. Gut, also, nächste Halt ist Kühlstraße Altmorbid. 11.57 Uhr. Wir haben es 11.56 Uhr. Das heißt, wir sind gut unterwegs. Du musst mal aufpassen. Da vorne ist die Ampel auf rot. Aber wartet mal ab. Wartet mal ab. Wir werden jetzt nochmal gleich überholt. Eingang katastrophaler anwenden. Wie der aussieht, das werdet ihr gleich sehen. Wir werden den LKB nämlich versuchen, ganz schnell zu überholen. Natürlich sehe ich mal wieder hier gar nichts. So, ja. Ihr habt nur gesehen, dass die Fußgängerampe auf grün ist. So. War bestimmt erlaubt gewesen. Oh Gott, das will ein, ey. Stellt euch mal vor. Ich bin Busfahrer. Mach gerade meine Führerschein, meine Fahrstuhle hier. Da ist dann der 30-Jährige mit Erfahrung stammender Harald. Erklärt mir alles. Ist in Ordnung. Erklärt mir alles, wie was funktioniert. Ich mach so eine Scheiße. Der schmeißt mich doch sofort raus. Oh, Zeit haben wir aber gut reingeholt. Filmen ist jetzt hier erlaubt. Oh, es sind aber viele Leute unterwegs. Passt überhaupt noch alle hier rein? Also, ich weiß ja nicht. Hi. Oh, genau. Sag nicht mal Hallo. Hi. Wo kommt ihr denn alle her? Mann, 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 Mann. So, jetzt hier links den Rückspiegel beachten. Ja. Ah, es wird enger. Kriegen wir aber hin. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist ein bisschen spät aufgeploppt. Obwohl ich die Qualität vom Spiegel hoch eingestellt habe. Aber man sieht es halt nicht so schön. Also, Spiegelqualität ist in Ordnung. Aber könnte ein bisschen besser sein. Zumindest sieht es nicht weiter. Und wie gesagt, zeitlich sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Aktuell sehr pünktlich. Und ich glaube, allzu weit ist es gar nicht mehr. Sind noch wenige Haltestellen. Aber schön. Guck mal, wie die Pflanzen auch hier mit dem Wind ein bisschen mit wehen. Ah, das ist toll gemacht. Müring, ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin der Meinung, Ende des Jahres müsste tatsächlich denn die Vollversion kommen. Wir sind ja gerade in Phase 2. Da wird Phase 3 eingeleitet. Und dann kommt auch endlich das Wirtschaftssystem. Da bin ich mal gespannt. Weil eigentlich sollte der Bus immer als Wirtschaftssystem fungieren. Das heißt, wir haben Pluspass-Sondateur. Ihr müsst die Linien, eure Routen bestimmen und eure Fahrer dazuholen. Und das wird auf alle Fälle spannend. Man kann es nämlich schön gestalten. Denn ihr müsst wissen, klar, zum Beispiel hier, ähm, BVG in Berlin jetzt ist das Busunternehmen. Ist BVG, aber hat sehr viele Subunternehmer, die ihre Fahrer stellen. Das heißt, nicht jeder ist direkt bei BVG angestellt. Äh, ja, ein Augenblick. Ne, ist in Ordnung. Oh, wow, wow, ey. Oh, freut mich dich. Warte mal, da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Ein Augenblick. Vorsicht. Moin. Ne, ist in Ordnung. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Oh, ist aber Millimeterarbeit, ja. Gutes Millimeterarbeit. Ah, shit, 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 shit. Kommen wir doch durch. Alter, äh, tut mir echt leid, war, wenn da der Roller gehört. Ist nur ein bisschen enge hier. So. Ah, wird eng. Ja. Oh, ja, okay. Ah, hat jemand mal keinen Strom. Perfekt. Hallo, ich bin Busfahrer. Muss mal kurz hier durch. Vorsicht, Busfahrer. Hallöchen. Ja. Ja, perfekt. Achso, wir müssen nach links. Und schon wieder Zeit gespart. Sehr schön. Oh, sind aber zwei kurze Haltestellen. Stehen da eigentlich welche? Ja. Ah ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob die Fahrgäste hier aussteigen können. Ich glaube aber nicht. Die stehen da immer. Aber eigentlich müsste der Bus langsam auch richtig randvoll sein. Aber das sieht, oh, das sieht aber übel aus. Ja, die kriegen, guck mal. Ein bisschen im Spiegel sieht man. Man kann aber nicht so ahnen, wie voll es wirklich ist. Aber oben werden auch viele sitzen. Würden übrigens wahrscheinlich nicht mein Thumbnail denn sein. So, ach man ey. Ich habe aber auch eine Reaktion wie ein junger Gott. Oh, der LKW ist aber schneller als wir. Ah, ein bisschen abdrängen hier. Wie damals bin ich der Schubber gegen Runes Barichello. Tja, auf dem Mungaro-Ring. Gut, ich glaube jetzt haben wir nur noch drei, vier Haltestellen vor uns. Wenn überhaupt, wir gucken mal ganz kurz. Oh, jetzt sind wir wirklich nicht mehr vier. Nur noch drei Haltestellen. Eine folgt gleich und die andere ist ein bisschen länger. Oh, drei, zwei, eins. So. Ja, ey, genau. Macht mir meine Busspur zunichte. Mal fahren wir hier in der Mitte. Ich glaube, darf man eigentlich gar nicht. Aber ist ja, bevor einer hier rechts abbiegen möchte. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Weißt ihr, ob der Busfahrer sich ausschließlich auf der rechten Seite aufhalten muss? Oder darf er auch mal auf die linke Seite ausweichen? Weil zum Beispiel die Rechtsseite auch Rechtsabbieger mit im Behalten sind. Und er vielleicht potenzielle Rechtsabbieger ausweichen möchte. Schreibt es mal in den Kommentaren. Würde mich mal interessieren. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gut, weiter geht's. So wie das aussieht, wollte keiner rechts abbiegen. Das ist natürlich ein bisschen interessant. Wir müssen mal kurz schon mal aufpassen. Auto ist neben uns keins. Das war uns schon mal hier so ein bisschen Bereitheiten. Ja, Hauptbahnhof. Also sind wir wirklich bald da. Aber auch toll gemacht. Guck mal, die Kräne dort. Also Berlin war stetig im Wandel. Ah, guck mal. Sogar die kleine Gasse. Vorm Hauptbahnhof. Die gibt es ja auch dort. Die ist ja süß gemacht. Nämlich. Hier, die hier. Süß. Da, wo der Van gerade langgefahren ist. Ach so, was hat gar nicht so eine Zeit. Wir haben 12 Uhr 3. 12 Uhr 3 ist am Hauptbahnhof ankommen. Ei, 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 ei. Ach. Ach, ja. Ey, ist heftig, war? Berlin, musst du dir mal vorzustellen. Wie witzig ist es, muss man da pünktlich kommen. Es läuft eigentlich alles, war? Du, ja, lässt dich viel Zeit in Halte stellen. Du versuchst, dich da durchzumogeln. Und trotz all den sind wir gleich schon wieder eine ganze Minute zu spät. Unglaublich. Jetzt muss man noch warten. Guck mal, ihr seht ja die Fußgängerangebettel, die ist immer noch auf grün. Die Linksabbieger da vorne auf aller Seitenstraße, die sind immerhin schon mal losgefahren. Das müsste auch grün werden. Los, komm, Kollege. Komm. Ja. Mann, 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 Mann. Oh, mein Kollege, hier links ist ein bisschen Platz. Gut, wieder bereit halten. Ha, Hallöchen. Hallo. Hallo. Hi. Hallöle. So, noch irgendjemand? 3, 2, 1. Tja, Feierabend. Ende Gelände. Oh, was warst du denn da? Ei. Hey, hey, hey. Warte, 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 warte. Ich lasse dich kurz aus. Ei, 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 ei. Was ist mit dir los? Hast du den Schuss nicht mehr gehört, oder was? Komm, steig ein. Mann. Schock für jeden Busfahrer. Oh, 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 oh. Ist der eine einfach über Rot gefahren? Ähm, Freunde, guten Lauten, ich gucke jetzt gerade mal nach. Wir sind bei der vorletzten Station. Das heißt, das ist noch nicht die Letzte. Die fahren über Rot. Gut, okay, kann man machen. Du, mach ich auch. Ich bin, ach, 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 links auch, okay. Ähm, nee, also die vorletzte Station, ich würde mal sagen, da werden wir mal ein Resümee ziehen, wie vorher dann wirklich Busfahrt die Stelle ist. Und wir werden dann bei der letzten Station mal alle rauslassen. Da werden wir uns auch nochmal ein schönes Bild davon genehmigen. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe gerade den Gang geguckt, da war es eigentlich voll gewesen. dass welche jetzt einfach mal so draußen sind. Können wir uns gleich mal angucken. Wir lassen jetzt hier mal die Leute einsteigen. So, da gucken wir mal. Wie voll ist es eigentlich hier? Es hält sich aber an Grenzen, wa? Also es ist voll. Die stehen jetzt hier alle an den Türen. Aber ich bin der Meinung, hier sind welche verschwunden. So, es sitzt ein paar. Also es ist gut gefühlt, so ist es nicht. Wir gucken mal kurz hier rum. Ja, oh, 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 oh. Da, guck mal, hier ist Enge. Hier, guck mal. Die wollen alle hier runter. Süß. Äh, okay. Nee, das geht aber noch. Ja, aber ich glaube zu meinen, die werden irgendwann rausgespawnt. Also, da habe ich das Spiel sowieso damit eigentlich recht, dass sie die Leute rauslassen, würde es quasi so gemacht, dass sie dann rausgespawnt werden. Naja, gut. Ist halt so, wie es ist. Oh, komfortbar, es geht hier irgendwann weiter. Ich stehe nämlich auch schon ziemlich lange hier. Ja, geht weiter. So. Schneller, 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 schneller. Oh, wie? Mit dem Rest abbiegen, oder was? Nee. Gut, hier, wo der Wern gerade abgebogen ist, da müssen wir auch rein. Oh, das Auto gerade eben, hier. So, Freunde, dann war es das gewesen. Wir müssen mal aufpassen. Wir müssen gleich hier nochmal ums Eck. Da müsst ihr gleich an der Ecke die Haltestelle sein. Und dann war es das gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wir gucken uns das gleich mal entspannt an, wie die gesamten Fahrgäste hier aussteigen. So, einmal hier rum. Oh, alter Feiter. Okay, warte, Leute. Ich fahre nochmal kurz eine Runde. Kriege ich nochmal eine Runde hin? Nicht ganz. Okay, gut. Wir wiederholen das da mal. War ja aber eine enge Kurve gewesen. Alles gut. So. Okay. Wir probieren es doch mal. Heißer Feiter. Wollen wir mal sehen, wie schwer mancher Bus fahren ist. Also, rechts Blinker gesetzt. Und jetzt ein bisschen Schwung holen. Boah. Holla, die Weidfee, ey. So. Wenn man den Punkt erwischen möchte, da gehört schon so einiges. Geht das so einigermaßen? Stehen wir so sauber? Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Oh, wir können nochmal rückwärts fahren hier. Können wir übrigens auch mal probieren. Einfach mit dem Bus hier irgendwo rückwärts einparken. So. Machen wir hier einmal rückwärts. Dann kann ich hier mit einem schönen Thumbnail machen. Und dann lassen wir die Fahrgäste einfach mal schön aussteigen. So, dann machen wir uns mal rückwärts. Wie viele Tüter haben wir eigentlich? Ich glaube, drei Stück. Dann machen wir mal alle auf. Dann gucken wir mal, wie sie jetzt alle gleich rausstürmen. Oh. Ich dachte, die steigen ganz gemütlich aus. Alter Feiter sind das viele. Holla, die Weifel. Gut, Freunde, gut, Laune. Das war es gewesen. Wie gesagt, ist ein bisschen schade. Wir sind alle jetzt quasi... Ich knall aber wenigstens mal die Tür... Oh. Okay, ich hätte mit dem MAN sowieso nicht viel machen können. Nee. Freunde, gut, Laune, das war es gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wartet ab auf die nächste Folge. Wie gesagt, da wird es thematisch ein bisschen anders. Da geht es wieder spaßig zu. Nämlich guter Busfahrer, böser Busfahrer. Bis dahin. Macht's gut. Gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Und tschüss, die Koski.